Oh ja, die Landung ist immer ein Abenteuer. Dieses Land ist so warm und doch war es möglich, dass ich eine Erkältung greifte. Günther, könntest du mir eine Tasse Kaffee holen, ja? Danke. Salaam! I need the pilot of death, Flynn! Ich bin der Pilot, ja? Ich bin der Pilot, ja? Ich bin der Pilot, ja? Das ist ein Problem, denn der Pilot ist groß und es ist ein Teil, richtig? Es ist ein christian Symbol! Was ist ein Kaffee? Was ist das? Ich verstehe. Was ist das? Was ist das? Du willst du... Du willst du... Du bist ein Missioner? Oder was? Du willst du... Christiane sein? Was ist das? Ja. Aber das ist nur ein Symbol der Schwester Konfederation. Es ist nur ein nationales Symbol. Es ist... in diesem Land. Keine Kaffee. Keine Kaffee. Dann bin ich sogar nicht ein Christian. Ich bin ein Atheist. Es war so... Du bist ein bloody Atheist! Warum musst du ein Kruz? Wenn es so wichtig ist für dich, dann kannst du das Symbol ändern. Ich habe es nur an meine Headquarters in Zürich. Kommt, Brüder! Wir werden das Symbol ändern! Ich bin ein Schlag! Chef! Ja, Genta? Warum geht es mit diesem Kreuz? Ja, wenn das so wichtig für ihn ist... Wir können das so malen, ja? Oh, komisches Land. Wo ist dieses Tee? Oh ja! Ich komme glücklich! Aufmerksam! Ja! Ich bin ein Atheist. Amr. Ja! Ich bin ein Atheist. Muhammadun Rasulullah